Arielle Rippegater und Mike Seas haben kurzzeitig eine Beziehung. In der Show Be Real kommt es zwischen den Reality-Stars zum Eklat. Denn die eigentlich so romantische Affäre zerbricht. Zunächst erzählt eine emotionale Arielle noch, Ich war immer auf mich allein gestellt und Mike hat sich extrem um mich gekümmert. Die Blondine ist zuvor noch nie so verliebt. Gegenüber Promiflash berichtet sie, wie ernst der Flirt ist. Wir haben gesagt, wir haben Gefühle füreinander und dass wir zusammen sind. Das war mein Stand. Dass Mike nebenbei noch mit seiner Frau Michelle Mombalin zusammen ist, weiß sie nicht. Er versichert Arielle, dass ihre Beziehung exklusiv sei. Doch dann entscheidet er sich, zu Michelle zurückzukehren und lässt sie verletzt zurück. Und Arielle wird sicher noch Zeit brauchen, das zu verarbeiten.